Hallo, liebe Monika, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst in deinem dichtgefüllten Plan, dass wir uns unterhalten. Du bist eine sehr umtriebige Autorin, also wer dich noch nicht kennt, Buchautorin und Rednerin, Coach und bald Modelleisenbahnvertreiberin, habe ich das richtig mitbekommen bei deinem Buch. Wow, du hast ja wirklich bis zum Schluss gelesen. Ich habe es gelesen. Ich habe das Buch, bitte, gestern geliefert bekommen. Kannst du das bitte noch mal in die Kamera halten? Ja, selbstverständlich. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht verwenden, aber ich habe mir ein paar Stellen markiert. 30 Stellen ungefähr markiert. Danke für die Einladung, Oliver. Es tut schon mal gut, wenn jemand sich mit einem Buch beschäftigt, das man geschrieben hat. Und ja, es gibt noch viel mehr Visiten, Kroatien, Juristen, strategische Analytikerinnen und Ministralräte in Form, also im Verteidigungsministerium, bla 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 bla. Ich glaube, es geht ums Menschsein und dass man sich aus den verschiedensten Bereichen was anschaut und dann das Bild zusammenfügt. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Und was ich da jetzt so mitkriege, ticken wir da ein bisschen ähnlich. Schau mal, ja. Wir sind auf jeden Fall beide breiter aufgestellt oder breiter interessiert, sagen wir mal so. Genau. Mich interessiert, also du bist ja sehr natürlich in die Öffentlichkeit gelangt während dieser ganzen Pandemie-Geschichte und dann auch mit deinem Werk, also der Corona-Diktatur, das ich übrigens auch gelesen habe. Und wo ich sehr erleichtert war, das mal so zu lesen, weil ich konnte es immer, das klingt jetzt blöd, gefühlsmäßig war es nicht stimmig von Anfang an für mich. Also es hat alles nicht gepasst, aber man konnte es natürlich nicht in Worte fassen. Und da war ich froh, dass ich eben nicht irgendwelche esoterischen, luftigen Theorien dann hatte, sondern dank deines Buches auch Fakten lesen konnte und durfte. Und das hat mir dann schon sehr geholfen, weil es viel geklärt hat. Und ich denke, dir geht es ja in deiner Arbeit auch viel um Klarheit und Klarheit zu erzeugen, auch im Buch Freiheit. Ja, ja, absolut. Danke einmal für die Rückmeldung, Oliver. Es war tatsächlich das Buch, also Corona-Diktatur, die schwierigste Geburt überhaupt, bezeichnenderweise neun Monate bin ich da literarisch schwanger gegangen mit dem Blödsinn. Und mit dem Blödsinn meine ich nicht das Buch, sondern die Situation, weil es im Endeffekt eh alles ganz arschklar war im Endeffekt, was sich da abspielt. Gerade für mich, wo ich ganz andere Sachen als strategische Analytikerin schon beleuchtet habe, auch Kriege analysiert habe. Und ich muss jetzt wirklich den Leuten erklären, dass eins und eins eins ist. Ja, war so. Ich war ja teilweise ja verwirrt von dieser perfiden und nahezu perfekten Propagandamaschinerie, wie das uns verkauft worden ist, dass ich dann gesagt habe, nein, ich schreibe das Buch doch. Es ist an mich herangetragen worden, ich wollte eigentlich ganz ein anderes Buch schreiben, den zweiten Band von Krieg der Weltwirtschaft eben. Und dann ist das Corona-Reingrund schon, passt eigentlich eh perfekt, weil es ja, die Muster sind ja sehr ähnlich in der psychologischen Kriegsführung. Und es war letztlich dieses Buch der Grund, dass das Verteidigungsministerium zum dritten Mal versucht hat, mich zu kündigen, bei diesem Buch sogar zu entlassen, ohne es gelesen zu haben. Ist eh alles in den Medien gewesen. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, muss ich auch dazu sagen. Ich bin zwar weg, aber freiwillig. Wir haben uns auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nach einem Gerichtsprozess geeinigt. Also das Buch ist nicht widerlegt, geht ja auch nicht. Du hast ja selbst gesagt, das ist eine Faktendichte und kein esoterisches Geschwurbel. Und es war letztlich für mich auch der Eintritt zu einem größeren Publikum, unter Anführungszeichen. Wobei ich auch nichts anderes sage, als eh schon seit 2006. Und auch nichts anderes publisiere, als seit 2008. Also ich setze mich immer schon für Menschenrechte ein und für die gelebte Individualität. Und jetzt ist halt diese C-Diktatur ein großer Abholpunkt gewesen, wo ich dank derer, die Demos organisiert haben und meine Vorträge, sehr viele Vorträge und Seminare seit 2020, seitdem dank dieser Menschen durfte ich dann viel, viel mehr Menschen erreichen, mit dem, was ich eh schon seit langer Zeit sage. Und so traurig es ist, offensichtlich brauchen viele Menschen Abholpunkte, die nicht unbedingt angenehm sind, damit sie sich einmal mit den äußeren Umständen auseinandersetzen und irgendwann einmal wieder erinnern, wer sie eigentlich sind, um in ihre eigene Kraft kommen zu können. Du hast ja einen sehr positiven Ansatz dann letzten Endes, trotz aller bedrückenden Fakten, auch in deinem Freiheit-Buch drinnen, wo es ja auch um das geht. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, du bist kein Fan der Salami-Taktik, die da angewendet wurde, Regierung, seit, weil was du dir den Leuten da reindrückst. Also ich durfte es ja jetzt in eineinhalb Tagen konsumieren, das ganze Buch. Und das ist ja wieder dicht komprimiert, teilweise auch mit Sachen, die man von deinen früheren Werken kennt. Aber in dieser Dichte, in dieser Klarheit, erhöhst du ja enormen Druck. Ich nenne es jetzt einmal Leidensdruck. Ich meine es jetzt nicht negativ, aber diesen Druck, wo jeder drinnen steckt. Also so nach deiner Anschauung her, wo wir drinnen stecken, in welchen Systemen wir da gefangen sind, uns verfangen haben, wo diese Systeme eventuell dann hinführen können. Und bietest ja dann quasi den Ausweg nach innen, der aber letzten Endes, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe schnell gelesen, ich bin nicht so intelligent, nach außen führt vielleicht. Also von innen wieder nach außen führt, dass dann das Außen wieder von innen heraus verändert wird. Also du hast es so schön zusammengefasst, also das mit der Intelligenz wieder nochmal überdenken an deiner Stelle, diese Bescheidenheit. Also du hast es genau beschrieben, wie es ist. Und natürlich habe ich mir gedacht, es geht in dem Buch um die Ausschöpfung des individuellen Potenzials. Warum soll sich das jemand antun? Naja, gerade wegen den Situationen, in denen wir sind, gerade wegen der Krisen, die nicht unbedingt nötig sind, wie wir wissen inzwischen, oder wie die meisten Menschen hoffentlich schon wissen inzwischen. Und wenn man auch die analysiert zuerst einmal die Lage und was sich daraus noch erwarten lässt bis 2030, die Varianten, die es gibt, wie man noch weiter die Daumenschrauben anziehen kann. Und natürlich nicht, weil die Gegenseite böse ist. Es gibt ja nicht einmal eine Gegenseite. Die sind ja selber Gefangene des Systems. Und die Beurteilung ist eben, das wird nicht von selber aufhören. Und natürlich, ich gebe es ja auch dem Leser mit, du hast es ja gelesen, beobachte dich beim Lesen. Beobachte dich dabei, wenn du dir die Fakten anschaust und die Schlussfolgerungen, die Stringenten, die sich daraus ergeben, was sind die Entwicklungsszenarien? Beobachte dich dabei, was entstehen für Ängste? Was bedeuten diese Ängste? Heißt das, dass das wirklich alles eintreten muss? Nein. Aber was bedeutet es für dich, diese Angst, für jeden einzelnen Leser, dass du nämlich aus dem Hier und Jetzt herausgerissen bist? Und damit ist schon die halbe Mitte bezahlt, weil dann wissen wir, aha, dauernde Angst, Projektion in die Zukunft, du bist nicht beim Hier und Jetzt, kannst nicht mehr aus deiner Kraft hier schöpfen. Das ist ja schon der erste Lösungsansatz, dass man sich einmal dessen bewusst wird. Und nicht weiter jetzt 100.000 Videos schauen, was kann noch alles Schlimmes kommen? Was sagt der Herr X? Was sagt die Frau Y? Was kommen noch alles für Prognosen auf uns zu? Nein, sondern jetzt geht es darum, dass wir, wie du sagst, den Weg nach innen gehen und einmal realisieren, wie konnte es sein, dass wir überhaupt Gefangene des Systems wurden? Und es geht jetzt nicht um einen Kampf gegen ein System überhaupt. Es geht darum, für unsere Freiheit einzutreten und für unser Potenzial. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, die ich leider noch, vielleicht wird es sich eh ändern, bei gewissen Aktionisten vermisse. Es geht nicht darum, für mich nicht darum, dass jetzt einzelne Macht- oder Aufmerksamkeitspotenzial aus Krisen schöpfen und dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wieder gehauen, was der Herr Schwab sagt, was der Herr Gates sagt, was die Regierungen sagen, der Trops ist gelutscht. Entschuldigung. Es ist alles vorbei. Jetzt geht es um die Perspektive für die Zukunft und nicht sich dauernd an was festklammern, weil auch das Klammern an den Zielen, die es ja gibt von den Unterdrückern, bestärkt ja letztlich die Agenda, wenn man vor lauter Angst resigniert und still bleibt und genau in der Situation ist die sogenannte Friedensbewegung, die sogenannte Freiheitsbewegung oder der Zehwiderstand, wie man das auch immer nennen würde, das ist völlig lahmgelegt, weil die einen glauben, es ist vorbei und die anderen haben das Hemd voll, weil sie so Angst haben, was noch alles, wovon es zukommen könnte. Aber das ist ja nur die Analyse. Die Analyse ist der Ausgangspunkt, damit ich handle. Jetzt geht es darum, dass man was tut oder eben nicht tut und in sich hineingeht. Besteht die Gefahr nicht darin, dass man, egal mit welchen Absichten ich ins Außen gehe, den Teufel mit dem Belzebub letzten Endes austausche, also dass ich nämlich sage, wenn ich in dieses Spiel reingehe, also wenn ich sage, aus meiner inneren Krafteinheit, Gott nennst du diese Energiequelle, wenn ich da rausgehe, dass ich dann sage, ich bin ja in der Dualität, also ich erzeuge automatisch Licht und Schatten, auch mit meinem besten Wissen und Gewissen, auch wenn es wir jetzt beide gut meinen, wir werfen einen Schatten, das heißt irgendwo Hammer, zumindest werden wir dual auch wahrgenommen, ganz logisch. Ja, natürlich. Und das ist nämlich das Interessante, jetzt auch bei dem Buch, wo ich mir dann denke, naja, was ist denn die Vision? Du zitierst Braveheart am Ende des Buches, also du hast dein Herzfolge, ihm sehr frei zitiert jetzt oder Hör auf dein Herz und eben eine Führung in Freiheit, eine aus sich selbst herausgelegenheit, eine herausgelegte Führung oder herausgelebte Führung. Kannst du da drauf eingehen, was da noch auf diese Vision ein bisschen oder wie du das verstehen kannst? Die Vision baut ja auf den, auf der Zusammenfassung des zweiten Teils auf, wo er beschreibt, du hast es ja gelesen, Selbsterkenntnis, erinnere dich daran, wer du bist, nämlich endloses Bewusstsein letztlich, wie man das befreit und wie man selbstbestimmt lebt. Ich habe keinen Anspruch darauf, den Leuten, den Menschen, den Lesern oder wem auch immer, zu sagen, was sie zu tun haben. Der einzige Zweck des Buches ist, wie sehr es schon aus der Einleitung hervorgeht, den Menschen zu vermitteln, dass sie ihr individuelles Potenzial ausschöpfen, also sie erstens einmal erkennen dürfen und dann ausschöpfen dürfen und ihre Ziele selbst festlegen und sogar die Zweckziele, Mittelrelationen, also Hilfsmittel, ganz einfache Hilfsmittel sind ja auch im zweiten Teil drinnen, aber ich sage nicht, was zu tun ist. Das wäre aus meiner Sicht eine Anmaßung. Das ist ja genau das betreute Denken, das uns in die Situation geführt hat, sondern meine Herzensvision ist, dass möglichst viele Menschen im Sinne von einer gesunden Gemeinschaft verantwortungsbewusst ihr Potenzial ausschöpfen und damit meine ich ihre Begabungen, ihre Talente und nicht irgendein pseudoesoterisches Blabla von den Rosamondelfen oder so, sondern wirklich das, was sie als Mensch ausmacht, das, was sie gern tun, das, was sie kennen, was sie in sich begraben haben, wofür viele auch depressiv sind. Wir haben ein Fünftel der Bevölkerung, offizielle Statistik, depressive Menschen, ein Fünftel. Also, das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und da muss man sich mal anschauen, wem nutzt das? Niemanden. Es nutzt nicht einmal den Unterdrückern, den sogenannten Unterdrückern, weil je mehr Leute depressiv sind und nichts mehr leisten, umso schwächer wird die Gesamtgesellschaft, umso weniger können auch die oben absannen, die oben sitzen. Wir sind in einer Spirale nach unten gewesen und ich denke, das wird sich bald wandeln. Wann, weiß ich nicht, aber es wäre vermessen, von mir eine Vision zu haben, wann konkret was passiert und wie überhaupt nicht. Ich bin mit mir am Reinen. Ich habe jetzt alles beigetragen, aus meiner Sicht, damit ein positiver Wandel kommen kann, zu mehr Konstruktivität, zu mehr Kreativität, zu mehr Ausdruckskraft, aber ich habe keinen Anspruch auf Erfüllung, überhaupt nicht. und ich habe gelernt, geduldig zu sein, oft zumindest. Okay, du bist ja auch, wie du beschreibst, dadurch Täler durchgegangen schon, also am Ende des Buches wird es ja auch sehr persönlich auch und du hast ja die Depression erwähnt, also du bist ja selber drinnen gesteckt, also wenn man dein Buch liest und das war eher so ein Aspekt von dir, ich habe jetzt den Tiger in High Hills nicht gelesen, muss ich sagen, aber das war so ein Aspekt deiner Persönlichkeit, da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn eine Person solche Eier hat wie du, also so ein Mut hat, da wirklich gegen, also so laut, erstens so laut zu sein und nicht unangenehm laut, sondern einfach die Sachen zu sagen, also zu sich zu stehen, sagen wir gar nicht laut, sagen wir zu sich zu stehen, das passt besser und das auch auszudrücken, dann muss was dahinter sein. Das war auch das, was mich so interessiert hat, mit dir wirklich zu reden, weil ehrlich gesagt, diese ganzen Sachen haben mich schon so müde gemacht, diese drei Jahre politischen Herumtouereien, Arbeitsverbot und so weiter, also da völlig, völlig gaga, wobei man ja sagen muss, wegen dieses Arbeitsverbots sitzen wir jetzt da und unterhalten uns jetzt, auch in dieser Form, also insofern, es kommt ja immer was Cooles raus, letzten Endes, man muss halt nur durch das Tal, sagen wir mal so. Genau. Und was mich interessiert, was hast du für eine, also es sind zwei Fragen, die hebe ich mir noch auf, die andere Frage zuerst. Du warst ja selber 30 Jahre, denke ich, im Verteidigungsministerium. Also ich war 32 Jahre im Bundesdienst und davon einige Jahre als aktiver Offizier beim Bundesheer. Hauptmann war der letzte Dienst, gerade habe eine Kompanie geführt mit circa 300 Soldaten, dann war ich am Badalonskommando, S4-Funktion und habe nebenbei, frage mich nicht wie, ich habe meinen Job ernst genommen, nebenbei Jus studiert, das geht, und bin dann ins Verteidigungsministerium gekommen und dort war ich von 2002 bis 22, also 20 Jahre im Verteidigungsministerium, zuletzt Ministerialrätin, Referatsleiterin, also ich habe auch einen großen Teil des Personalbudgets über das ganze Bundesheer und Ministerium war eine der Aufgaben von mir, das zu handeln in diesem Referat, das ich geleitet habe und da habe ich eben gesehen, dass das Bundesheer verfassungswidrig aufgestellt ist, das hat man eh bei der Truppe schon gewusst, dass wir nicht mehr selbstverteidigungsfähig sind als Land, was aber unsere Pflicht als neutrales Land ist und habe dann natürlich die Befürchtung gehabt, es gibt Kräfte in diesem Land, die uns in Richtung NATO bewegen wollen, aber es gibt natürlich Befürworter der NATO auch im Verteidigungsministerium, auch in der Politik, aber das hat nichts mit unserer Verfassung zu tun und schon gar nicht mit dem, was mindestens zwei Drittel der Österreicher als Identitätsstiftung war, nämlich die Neutralität. Das heißt, das, was die Bevölkerung will und was in der Verfassung steht, ist einzuhalten und wie ich das kommuniziert habe, bin ich als Verschwörungstheoretikerin, als gestört und als was wie was hingestellt worden, weil ja in meinem dritten Buch war es, glaube ich, dass Gott bless ihr Putin davor gewarnt habe, dass dieser Krieg Ukraine-Russland kommen wird. Schon 2015 habe ich das hingekriegt, ja, und jetzt, auf einmal bin ich die Prophetin, aber ich habe nur die Fakten analysiert und gesagt, was passieren wird, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln und lange Rede kurzer Sinn, diese Dienstzeit beim Bund war sehr wichtig für mich, auch für das strukturierte Arbeiten und wahrscheinlich auch während der sogenannten C-Diktatur, weil das, was ich gesagt habe auf der Bühne bei Demos und was ich im Buch geschrieben habe, ohne dass ich das wollte, aber automatisch mehr Gewicht gehabt habe, weil dann jemand offiziell für die Regierung arbeitet und einen fixen Job riskiert, verdammt nochmal, dann haben sich manche Leute sicher doch, da muss doch was dahinter sein. Warum macht denn die das sonst? Das macht ja, glaube ich, die Allerwenigsten riskieren gern ihren Job oder riskieren irgendeine weitere Verfolgung aus nichts heraus. Also ich hoffe, dass ich jetzt auf die Frage halbwegs eingegangen bin, weil ich glaube, darauf hast du abgezielt, oder? Also genau, es ist ja das eine, das war ein sicherer Posten und da bist du schon unangenehm aufgefallen in diesen Strukturen, aber es war noch nie so, dass das groß in Gefahr gewesen wäre, jetzt aus deiner Sicht, also bis zu dieser, bis zu dieser Krise, die wir dann gehabt haben. Ja. Okay. Und dann hast du quasi wirklich gesagt, so jetzt gehst du aufs, also war dir diese Konsequenz bewusst oder hast du gesagt, so das ich kann gar nicht mehr, also wie kann man sich das vorstellen? Beides. Beides. Du hast ja schon die Depression angesprochen, die ich, man merkt ja, also von meinem Naturell her ist sowas wie Depression mehr oder weniger ausgeschlossen. Trotzdem ist es passiert und das war ab 2015, eben nachdem ich diese Verfassungsbrüche aufgezeigt habe, rechtzeitig gewarnt habe, hier kommt eine Massenmigration auf uns zu, ein Lösungskonzept hingelegt habe, nicht gegen Migranten, nicht gegen die Bevölkerung, sondern für Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Da muss man halt aussieben, weil das Boot ist irgendwann einmal voll. Und das habe ich 2015 schon hingelegt und dann bin ich eben verfolgt worden. Das nächste Buch kriegt ihre Wälderschaft, Band 1, die spinnt jetzt völlig, Erster Weltkrieg, bis jetzt unwiderlegt, was ich geschrieben habe, nämlich dass unsere Altfräderinnen an der Urkatastrophe, Erster Weltkrieg, überhaupt keine Verantwortung haben, kann man nachprüfen anhand der ankl-amerikanischen Quellen, dort steht drinnen, wer den Krieg geplant hat und wollte. Und da hat man dann schon versucht, mich loszuwerden und ich bin dann letztlich in eine schwere Depression hinein, war über ein Jahr zu Hause im Krankenstand. Also ich konnte nicht mehr, ich war fertig. Und von Seiten des sogenannten Dienstgebers sind dann noch ein paar Sachen gemacht worden, die darf ich nur in dem Ausmaß erwähnen, als es in den Medien eh transportiert wurde. Und ich bin letztlich durch diese Depression wieder zu mir gekommen, weil ich kurz vor, kurz vor der C-Diktatur, also kurz vor Corona, fast schon wie der Phönix aus der Asche wieder rausgezogen bin, weil mir bewusst war, dass diese Auseinandersetzung mit Krisen nur der Abholpunkt sein sollte. Das habe ich völlig vergessen. Dadurch, dass ich von vielen Seiten wortwörtlich attackiert wurde, sogar im Parlament ist diskutiert worden, nicht über das Buch, über den Inhalt, hat ja keiner gelesen, meine Bücher, sondern da ist wortwörtlich gefordert worden, so auch bei Corona-Diktatur, aber da habe ich schon gewusst, auf was ich mich einlasse, ist gefordert worden, dass die Donner entlassen oder gekündigt wird, im Parlament, an den Verteidigungsminister. Haben sie eh nie geschafft, weil es stimmt ja alles, was ich gesagt habe. Aber der Punkt ist, meine eigene Verantwortung ist, ich würde nichts anders machen, außer die Naivität, dass ich Leute habe, die mich unterstützen werden. Gerade bei Rot und Grün hätte man gedacht, die verstehen, was ich sage, na genau, die haben es nicht, am allerwenigsten kapiert leider, also von den politischen Parteien. Und ich würde jetzt es genauso wieder machen, nur halt weniger naiv sein dabei, aber nicht beim Abholpunkt praktisch stecken bleiben und mich in ein Gefecht, in Verteidigung und Dauerargumentation mit Politik, Medien und bla 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 einlassen, sondern den Leuten sagen, okay, schaut euch an, was die jetzt mit mir machen und jetzt gehen wir auf das Thema Selbstbestimmung. Jetzt gehen wir auf unser individuelles Potenzial. Das habe ich völlig vergessen, weil keine Energie mehr dafür war. Das ist erst mit der C-Diktatur gekommen, also mit Corona-Diktatur, und wie ich da realisiert habe, was da abläuft, ich war sogar Frau drüber, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, es war für viele der Katastrophe, für mich war es wie eine Lösung, weil endlich mehr Leute kapieren, wovon ich schon so viele Jahre fast gegen Windmühlen gepredigt habe. Und in letzter Konsequenz hat sie auch zu diesem Gespräch jetzt mit dir geführt und ich wusste natürlich, dass ich attackiert wieder werde und es ist auch so gekommen, sie haben versucht, mich zu entlassen wegen dieses Buchs. Es war wieder im Parlament ein Thema, das diesmal nicht die Grünen, sondern die Neos gefordert haben oder mich hingestellt haben als Rechtsextremistin. Was hat das mit Links und Rechts zu tun, wenn man eine Sache richtig analysiert? Aber das haben die halt anders gesehen und ich kannte die Bandagen schon. Ich wusste schon, es gibt nur dieses Kampfmittel auf dieser Seite und das bedeutet, ja nicht aufs Argument eingehen, ja nicht auf die Sache hinschauen, sondern immer die Person denunzieren. Das war ich schon gewohnt. Ich habe gedacht, ob es nichts Neues, das nutze ich jetzt umso mehr und ob das Spiel umdreht, nämlich gegen die Akteure und siehe da, es haben mir viele Leute zugehört. Nicht nur auf Demos, sondern auch, wie gesagt, bei Vorträgen, in Fernsehsendungen und so weiter. Sogar teilweise in den Mainstream-Medien sind schon Leute auf mich zukommen, die gesagt haben, sie haben ja völlig recht, warum holt sie mich nicht beim ORF in die Sendung, das dürfen wir nicht. Gibt es eine Zensur oder was? Man ist eh klar, dass es es gibt. Aber da merkt man, unter welcher riesigen, zitternden Angst dieses System teilweise ist und das System muss uns klar sein, das sind wir alle. Da sitzt jemand oben und lenkt die Geschicke. Ja, es gibt ein paar, die glauben, dass sie es können, aber sie schaffen es nicht, wie wir sehen. Es gibt ein paar, denen jetzt die Freunde, also die Fälle davon schwimmen, nämlich die Schafsfälle der Leute schwimmen ihnen davon, weil immer mehr Leute munter werden. Das darf uns aber nicht dazu verleiten, dass wir jetzt Hass oder Aggressionen hegen gegen die Leute, die da Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Sondern müssen wir uns einmal fragen, warum haben wir so lange mitgemacht? Warum haben wir so lange gekuscht? Warum haben wir so lange weggeschaut? Das ist die springende Frage. Und nicht, wer oder was da irgendwas tut. Das ist letztlich völlig sekundär. Das hat mit uns innerlich wenig zu tun. Das ist wie du sagst, die Welt im Außen, die Polarität, man erzeugt Licht und Schatten. Wenn ich mich dauernd mit Schatten des Anderen beschäftige, dann wird meiner selber immer größer. Das bringt ja niemandem was. Und ich meine, mich interessiert jetzt noch, also mich interessiert jetzt noch zum Buch, zum Freiheit. Das ist ja auch ein beachtliches Werk geworden. Also es ist nicht groß geschrieben, es sind über 300 Seiten, es sind brutal viele Quellenangaben drinnen. Das freut mich als Leser immer, wenn ich mir denke, ah, die letzten 30 Seiten spähe ich mir, Gott sei Dank. Ich möchte es noch recherchieren. Es gibt auch Bilder, für die die Bilder brauchen. Es gibt sogar Abbildungen drinnen. Also es ist ein leichtes Lesen, es ist kein anstrengendes Lesen. Es lest sich sehr gut und es lest sich auch sehr schlüssig. Wo ich drüber gestolpert bin, und das möchte ich ansprechen, weil wir über Kontroverse sprechen. Wenn ich jetzt sage, naja, die Donner schreibt außerirdische Arbeiten mit der Regierung zusammen. Also wenn ich das jetzt da so reinbringe, oder eine Annahme, also es ist nur eine Theorie. Aber habe ich den Schwachsinn geschrieben? Nein. Na ja, dass Regierungen mit Außerirdischen eventuell zusammenarbeiten könnten. Nein, nein, halt. Okay, gut, bitte. Ganz wichtiger Punkt. Danke für den Hinweis. Zuerst einmal danke für das perfekte Marketing. Also du hast das sehr gut beschrieben. Ich glaube auch, es liest sich leicht. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Danke. Nein, nein, nein. Ich habe den Punkt Außerirdische nur aus einem Grund. Und das beschreibe ich an mehreren Stellen. Vielleicht hast du es vergessen. Nur deswegen, weil es tatsächlich Leute gibt, die sich jetzt die Lösung, das Heil von Außerirdischen erwarten. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was gibt es für Aussagen dazu? Und habe hauptsächlich hochrangige Regierungsvertreter, zitiert, unter anderem ein Brigadegeneral aus Israel, der der Leiter der Weltraumbehörde immerhin war. Und der sagt, dass er weiß, dass die USA und Israel die Regierungen bereits mit auswärtischen zusammenarbeiten. Das sagen er, viele Raumfahrer und so weiter, also unsere, dass das die Realität ist. Ich sage nie, ich sage, ich weiß es nicht. Aber wenn die das sagen und damit ihre Reputation gefährden, kann ich es nicht ignorieren als strategische Analytikerin. Ich muss das auch mit berücksichtigen und sage aber eh letztlich, du hast das eh gelesen, letztlich ist es wurscht, ob es stimmt oder nicht, was die behaupten. Wichtig ist nur eins, falls es stimmt, dass wir von Außerirdischen überwacht werden, wie manche behaupten, und die sich vor uns verstecken, und die laut Regierungsvertretern, wie einer der genannten, sagen, sie haben das Recht an uns, Experimente durchzuführen, was ja in den USA hunderttausende belegte Fälle gibt. Dann ist doch ganz klar, dass von diesen sogenannten Außerirdischen keine Heilserwartung praktisch zu erwarten ist. Es ist von denen, dass das nicht realistisch ist. Und nur darum geht es mir. Sonst ist mir das Thema Außerirdische ziemlich schnurz. Ich weiß, dass es sie gibt, völlig logisch. Wir sind wahrscheinlich Selbstabkömmlinge von Außerirdischen, die hier einmal gelandet sind. Weil recht viel anders kann man die Evolution des Menschen nicht erklären, die sogenannte. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Aber wem nutzt es? Wem nutzt es? Ja, okay. Es gibt Außerirdische. Und weiter. Jetzt gibt es wirklich Leute, die uns aus der... Und ich habe nichts gegen Esoterik überhaupt nicht. Esoterik ist mir sympathischer als Exoterik. Es kommt von innen heraus, das heißt ja Esoterik, im Grunde. Zuerst der Geist, dann die Materie. Nein, 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 nein. Das bestätigt sogar die Quantenphysik und viele andere naturwissenschaftliche Richtungen. Aber sich von Außerirdischen eine Heilserwartung zu versprechen, das ist eine Form der Perversion, die auch leider unter sogenannten Esoterikern davor ist, wo Leute von den Augen vertrauen und andere Stimmen kriegen und gendeln etwas mit Leuten zu den Pleiaden. Ich sage einmal, Entschuldigung, ich würde es nicht böse sein, aber das ist nur Geldmacherei. Das ist absoluter Schwachsinn, weil wir haben alle selbst die Gabe, mit dem ins Feld hinein zu kommunizieren. Das kann jeder Mensch. Und der alte Priester, ich kommuniziere mit einer Identität, Ella Petsch, du siehst das nicht, aber ich schon. Und ich sage dir, was die von dir wollen, nützt nur Menschen aus, die gerade desorientiert sind, die gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann kommen solche Heilsversprechungen, die natürlich mit Masse enttäuscht werden müssen. Und nur das war mir wichtig aufzuzeigen. In einem klaren Kapitel. Ja, genau. Also es ist, zweimal kommt es vor, einmal vor, einmal hinten. Und ich bin froh, dass wir darüber reden, weil es ist jetzt, es ist auch so, natürlich bin ich im Zuge meiner Ausbildung, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her, und so natürlich auch mit diesem Thema immer wieder konfrontiert worden. Für mich war es so, dass ich sage, manche Techniken funktionieren, sehr wohl, energetisch betrachtet, ja, damit zu arbeiten, aber, und das ist ja das, wo ich das, was die Leute ja nicht verstehen, Energie ist ja unsichtbar, also die Lebensenergie ist was Unsichtbares, und darum kann da ja jeder drauf projizieren und rein projizieren, was er sich vorstellt oder was er mag. Und für mich ist eben dieser außerirdischen Glauben so der, die, ja, die Verschiebung des Altchristlichen, das ist jetzt schon alt, das wollen wir nicht mehr, hin zu einer hochtechnologisierten Gesellschaft, wo wir sagen, das gibt es jetzt, jetzt gibt es halt die Götter mit der höheren Technologie und es kommt auf nichts anderes raus. Du selber bist das Zwutschgerl, weil der Heiland war im Außen, und was das nämlich bedeutet, warum sich da niemand fragt, also ich sage, der eingeborene Sohn Gottes war irgendwann mal da, wenn wir sagen, der war da, ja, vor 2000 Jahren und der war das und du bist das aber nicht, sondern nur er kann dich retten. Das ist ja schon die Entwürdigung in sich, also wenn ich das jetzt nicht als ein inneres Licht verstehe. Und dass man diese einfachen psychologischen Muster nicht durchdringen kann, dass es dann heißt, naja, dann kommen Esoteriker daher und sagen, ja, ich channele jetzt Gott und rede mit Gottes Stimme und dann vernudelt sich das wieder zu so einer komischen Masse und das finde ich halt wirklich schade und dann finde ich es gut, wenn das eben angesprochen wird und auch nämlich auch der Kern und ich denke, das kommt jetzt im Buch vor, außer ich bin jetzt völlig gaga, nämlich dass du sagst, naja, wenn es Außerirdische gibt, dann haben die ja dasselbe Zentrum wie wir, weil es gibt eine Quelle und dann kommen die da auch her und das war vor 20 Jahren schon der Gedanke, wo ich mir gesagt habe, das ist das Einzige, wie ich mir das herholen kann, dass die aus derselben Quelle stammen, also von was reden wir dann? Dann können sie nicht so super überdrüber sein, sondern die haben dann, da weist, dasselbe Kern in ihnen, weil entweder es gibt einen Kern oder, ja, oder eben nichts und da, und das finde ich gut, dass ich, das habe ich nämlich so Perfekt. Überall hätte ich es schon noch nicht gelesen, aber das finde ich ganz wichtig. Perfekt. Danke, ich finde, du hast es jetzt perfekt auf den Punkt gebracht, genau um das geht, wir haben dieselbe Quelle, aber nur weil sie uns technisch überlegen sind oder vielleicht auch kulturell, heißt das nicht, dass sie besser sind. Das heißt auch nicht automatisch, dass sie uns wohlgesonnen sind. Denn wenn wir uns in der Menschheitsgeschichte vergegenwärtigen, was passiert denn mit denen, die eher naturverbunden leben und dann kommt eine Zivilisation, eine sogenannte, die technisch überlegen ist. Also es hat immer, immer bis jetzt zur Unterdrückung, teilweise zur Ermordung von der indigenen Bevölkerung geführt. Rücksichtslos ist in der Regel der technisch überlegenen, ist in der Regel rücksichtslos gegenüber dem technisch unterlegenen. Zumindest hier auf der Erde. Warum sollte es im Verhältnis zu sogenannten auswärtischen Raumfahrern nicht auch anders sein? Und darum ist der Glaube, da bin ich ganz bei dir, der Glaube an auswärtische nichts anderes als eine neue Form der Religion, eine technologisierte Religion, genauso wie der Transhumanismus, den ich auch nicht gut heiße, den einige pflegen, wo ja einer der Vertreter, man darf ihn durchwegs nennen, weil es ja öffentlich sagt, der Raymond Karts, also Kurzweil geschrieben, der technische Leiter von Google, der sagt vor laufender Kamera, er nimmt täglich, täglich, 160 Pillen, damit er sehr gehirnanschlussfähig macht, ans Internet wandern, die Zeit der Singularität kommt, wo praktisch digitales und analoges eins wird. Eine abstruse Religion, aus meiner Sicht, die auf dem Glauben aufbaut, dass man körperlich unendlich leben kann. Das geht nicht. Und wenn man weiß, dass wir eine Seele haben oder die Seele sind, wie ich meine, und ich habe es ja wissenschaftlich nachgewiesen im Buch Freiheit, dass es die Seele gibt, das war mir wichtig, eben als Kontrastprogramm zu den Transhumanisten, dann brauche ich nicht an ein ewiges Leben in diesem Körper glauben, dann brauche ich nicht Klammern an den Extremmaterialismus, dann brauche ich nicht an außerirdische Glauben, dann brauche ich nur an eines Glauben, nämlich dass alles Schwingung ist. Das hat der Jesus gesagt, das hat der Buddha gesagt und das sagen die Quantenphysiker und das ist die erlebbare Realität für jeden Menschen. Und ich glaube, danke für den Einwurf, dass, ich sage das glaube ich jetzt zum ersten Mal in dieser Form, außer sonst bei den Vorträgen, wir haben 98% Menschen, die hochbegabt sind. Also es ist Hochbegabung unser natürliches Potenzial. Und nachdem das Schulsystem die Menschen fertig verbildet hat, haben wir nur mehr 2% Hochbegabte, laut psychologischen Expertisen. Und diese 96% künstlich erzeugten Minder- bis Mittelbegabten, also entgegen ihrem Naturellbegabten, sehnen sich jetzt nach etwas, das ihnen von irgendwoher etwas gibt, weil es unbewusst ihr inneres Potenzial, eine Sehnsucht danach haben, aber nicht mehr wissen, wie sie es berühren. Also kommt eine Sensationsheischerei im Außen, man will, dass die Außerirdischen, die Politiker, die Medien, der Donald Trump, Gott der, kein Schlechter unbedingt, aber nicht so schlecht, wenn die Medien darstellen, oder der Putin, dass die uns retten. Und das sage ich jetzt schon seit Jahren, es kommt niemand, der euch rettet. Weil der Heiland, wie du zuerst gesagt hast, der eingeborene Sohn Gottes oder die eingeborene Tochter Gottes, das sind wir alle, wir sind alle ein Fingerabdruck Gottes. Und wenn eine Kirche hergeht und sagt, das ist jetzt das Einzelkind, und auf das haben wir das Manopol, dann erachte ich das im moralischen Sinne als verbrecherisch, weil letztlich ja genau dieser Jesus das Gegenteil gesagt hat. Er hat gesagt, jeder, die Gottesenergie ist in und außerhalb von uns und wir realisieren es dann, wenn wir wieder zum Kind werden. Das heißt, und da gibt es sogar eine Anleitung, wie man das machen soll. Und die Kirche erklärt uns, wir sollen zum Jesus beten. Das ist ungefähr so bewehrs, wie wenn der sagen würde, Robin Hood ist das geistige Kind von Prinz John. Und wir sollen jetzt dem König John alle Tribute zahlen und vor ihm griechen und so weiter. Genau das macht die Kirchen. Aber es hilft jetzt auch nichts, darüber würdend zu werden, sondern man soll sich über die Erkenntnis freuen, dass der Jesus genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was die Kirchen behauptet. Das genügt, das entlarvt die vermeintlichen Machthaber und führt uns auf unsere innere Quelle zurück. Das ist alles in uns, was wir brauchen. Ich bin ehrlich gesagt auch diesem Kirchensystem, ich habe lange dann Groll gehegt, vor 30 Jahren schon, wie das alles so hochgekommen ist bei mir. Und dann habe ich gedacht, na, furchtbare Strukturen und habe da eben auch viel dagegen angekämpft. Und immer gedacht, na, das ist alles Unterdrückung. Und ich bin dann halt einfach mal draufgekommen, na ja gut, das Gute an der Kirche ist zumindest, dass mich die an diese Geschichten herangeführt haben. Das heißt, über die Kinderbibel und so weiter, da habe ich überhaupt einmal den Zugang gelegt bekommen. Und das hat mir als Kind schon immer gefallen, diese Geschichten. Zuerst auf der Geschichtenebene, das hat mich immer schon berührt. Nicht jetzt, weil ich christlich bin, aber ich bin natürlich christlich in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Das kann ich nicht aus meiner DNA rausprügeln. Aber ich arbeite jetzt mit einem Energiefeld und Körpern. Aber ich bin letzten Endes in einer christlichen Gesellschaft großgewachsen. und das hat sich festgesetzt. Und da gibt es natürlich einen höchstpersönlichen Zugang zum Christentum, also nicht als Religion, sondern zu Christus, zu nennen wir es Christus, den jeder ja selber sich legen sollte und kann. Und das ist ja spannend. Und nochmal kurz zu den Transhumanisten. Ich habe mir das Video angeschaut. Dürfen wir noch ganz kurz reingreden. Zum Begriff Christus auf Griechisch heißt ja nichts anderes als Messias. Der Begriff ist falsch. Jesus hat von sich nie behauptet, der Messias zu sein. Und Messias bedeutet ja der Erlöser von außen. Erlöser ist Jesus nur insofern, als seine Botschaft dem Menschen sagt, du kannst dich nur selbst erlösen. Du sollst, es gibt sogar eine Bibelstelle, die sagt, du sollst so vollkommen sein wie Gott. Steht sogar im Neuen Testament drinnen. Da braucht man nicht einmal einen Blick in die gnostischen Schriften wagen. Und alles andere, was in der Bibel drinnen steht, die Verdrehungen, sind die Verdrehungen, die nötig sind, damit man an einen Personengott glaubt. Das ist der einzige Grund, warum verdreht worden ist. Und ich bin auch, ich sehe es auch wie du, die Kirchen, ich bin ja nicht böse. Sie ist ja teilweise ein gutes Kontrastprogramm. Es gibt sehr gute Priester, gerade auf den unteren Ebenen, sehr gute Priester, die die Wahrheit durchschauen, die sie auch teilweise vermitteln. Und sie vermitteln zumindest ein Alternativprogramm zu Medien und Politik. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir uns aus allen Elementen etwas herausfiltern und die Wahrheit finden. Weil der, der vom System lebt, wird uns nicht die ganze Wahrheit sagen, das geht nicht. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er vom System lebt. Er muss das ja für sich praktisch glauben und verinnerlichen, den Katechismus und so weiter und diese ganzen Geschichten. Weil sonst kann er ja täglich nicht vor sich bestehen, so ein Mensch. Ich bin ja noch nicht böse, sondern ich habe es in meinem ersten Buch in Tiger in Hiles, das Buch, das jetzt übrigens die Grundlage für den Kinofilm ist demnächst, da habe ich geschrieben, dass diese Unterdrücker letztlich unsere Diener sind. Weil durch sie erfahren wir das nicht ganz Wahre oder das Erlogene als falsch und kommen wir auf die Wahrheit drauf. Also letztlich dient der Schatten dem Licht und nicht umgekehrt. Das Licht braucht den Schatten nicht. Aber der Schatten braucht das Licht und der Schatten weist daher auf die Lichtquelle hin und so kommt man das einmal holistisch auf Ebene 8 des Bewusstseins einmal sehen, nach dem integralen Denken im holistischen Zustand verinnerlichen, dass es letztlich keinen Feind gibt. Es gibt letztlich keinen Feind, sondern nur Lehrmeister und das sagen auch Zenmeister aller Seiten haben das richtig vermittelt. Auch Jesus hat das vermittelt. Aber du sollst deinen Feind lieben. Das ist nicht gemeint, dass du jeden umarmen sollst, der dich schlagt, sondern dass du deine Haltung änderst dem sogenannten Feind gegenüber. Es gibt keinen Feind. Wenn wir das nämlich mal erkennen, wäre es schon mal gut und je mehr ich halt kämpfe, umso mehr erschöpfe ich mich natürlich im Außen. Und wie gesagt, nochmal kurz, ich muss jetzt noch zum Transhumanismus. Ich habe mir das Video zu diesem Kurzweil da angeschaut auch, also aufgrund deines Buches, aber das findet man ganz leicht auf YouTube. Kann man sich anschauen. Und der sagt dann wirklich, naja, das ist ja ein toller Gedanke, wenn ich jetzt quasi meinen Vater klonen könnte, weil dann könnte ich wieder mit dem reden, weil der ist verstorben und meine Frau findet das auch gut und die könnte dann mit dem Verstorbenen reden. Und das ist ja eigentlich so ein Muster, das ich bei Klienten sehe, die sich immer nach den Toten sehnen, dass die wieder da sind. Die stecken in der tiefsten Verzweiflung überhaupt. Da ist ja nichts frei. Also wenn ich sage, es ist etwas vorbei, abgeschlossen, schön, dass die da waren und es hat mich dort hingebracht, wo ich bin, aber das sehe ich in allen Altersstufen, die verharren da in dieser, ja, wenn die Mami noch da wäre oder die gute Omi und das sind die, die sind so gefangen, da fließt ja nichts nach vorne und da wird die Verzweiflung auch immer größer. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, wenn es da mal so das Leben anfängst und dann sagst, das ist eine gute Idee, wieder diesen Körper nach 200 Jahren aufzuwachen, und das muss man sich ja nur einmal vorstellen, das wird aufdauen. Ich weiß nicht, ob du den Idiocracy kennst, diesen Film. Wer will denn das? Wer kommt denn auf die Idee? Man muss heute einmal ältere Menschen fragen, die mit 75 verständlicherweise ein Problem mit einem Parkscheinautomaten haben. Jetzt stell dir vor, wir waren in 200 Jahren, also das, wie du ja gelesen hast und ich habe die Quellen überprüft, also ich zitiere nicht nur irgendwas und ich überprüfe ja die Quellen, es haben sich tatsächlich schon mehrere tausend Menschen, steinreiche Menschen, einfrieren lassen, ihre Körper, meistens nur die Gehirne, weil es ein bisschen günstiger ist, also finanziell günstiger ist, um am Tag X auferweckt zu werden und dann den Kopf wahrscheinlich auf so ein Cyborg, auf so ein Roboter draufgesetzt. Man stelle sich einmal erstens die Koordinationsschwierigkeiten vor und dann die neue Welt, in der wir leben, weil die wird wahrscheinlich in 200, 300 Jahren ganz anders sein als jetzt, entweder sind wir wieder in der Steinzeit oder in einer Hyperzukunft, wo alles ganz, also dieses Gehirn muss durchdrehen. So verzweifelt sind Menschen, die die Unendlichkeit nicht akzeptieren können, oder die Endlichkeit des eigenen Körpers nicht akzeptieren können und die Unendlichkeit, die erspürbare Unendlichkeit der Seele nicht realisieren. Also im Endeffekt sind sie, ich will nicht böse sein, aber mir kommt es vor wie psychologisch vergrüppelt, irgendwo bemitleidenswert. Verdränger von einer Realität, Verdränger von dem in dir, was dir Trost bringt. Und das heißt im Prinzip dann seelenlos und dann fehlt was, das ist ein Loch. Ja, genau. Aber es ist halt sehr skurril und drum, es ist unglaublich. Aber wichtig ist ja letzten Endes, dass wir aufs Buch auch nochmal zurückkommen, aufs Freiheit. Genau, und auf den Tiger, da komme ich jetzt noch hin. Was hast du mit dem Tiger? Der ist in High Heels, der kommt aus dem Schafspelz raus. Ist das so ein Symbol für dich, das dir sehr zusagt, denke ich mal? Absolut. Der Tiger ist mein Krafttier und von vielen Menschen ein Krafttier. Und der Tiger steht ja in der Mythologie angeblich, wie gewisse Quellen berichten, als Krafttier für die Abgrenzung und die Förderung des eigenen Potenzials. Der Tiger ist ein Einzelgänger und sicher ein starker Kontrast zum Schaf. Und ein Tiger in einem Schafsfeuer ist ein Kontrast, ein Tiger in High Heels ist ein Kontrast, weil die Raubkatzen nie Stöckelschuhe anziehen würden. Also ich liebe diese Wortspiele. Und Tiger in High Heels, ich habe es jetzt erst kurz erwähnt, mehr als das Buch, das war die erste Auflage 2008 rausgekommen, jetzt sind wir in der fünften, weil es jetzt immer mehr Leute lesen, insbesondere seit der C-Diktatur, hat auch schon den Anlass gegeben für einen Kinofilm, der von öffentlicher Seite angeregt wurde, also öffentlich-rechtlicher Seite angeregt wurde. und wir haben schon ungefähr die Hälfte gedreht, bis Mitte 23 laufen noch in etwa die Dreharbeiten, soll Ende 23, Anfang 24 rauskommen, der Film heißt Der Soldat Monika und da geht es um ein Leben außerhalb aller Schachteln, also außerhalb von links, rechts, oben, unten, praktisch wie ein, das zeigt mein Leben, diesen Balanceakt, mich selbst so zusammenzusetzen, wie ich mich seelisch empfinde und das ist für mich der Tiger in High Heels, das ist für mich der Tiger, der den Schafspötz ablegt und ich habe mir, wie ich das Buch geschrieben habe, Freiheit, und mir gedacht, welches Symbol tue ich da drauf, was verstehen Menschen, das Wilde in uns, das Natürliche in uns und das ist der Tiger, der Mensch kommt nicht als Schaf zur Welt, natürlich auch nicht als tollwütige Raubkatze, aber gemeint ist dieses edle Tier, das voll im Hier und Jetzt präsent sein kann und kräftig sein kann, sich abgrenzen kann, sich durchsetzen kann, das symbolisiert für mich der Tiger und die Skurrilität ist dann der Schafspötz, der Schafspötz, der oben im, als Sinnssprache, damit Menschen Leser verstehen, also Menschen Beistrich Leser, nicht Menschen Leser, sondern Menschen Beistrich Leser verstehen, auf einen Blick, was gemeint ist, nämlich die Kraft, um die geht es und das Schafspötz ist nett, das ist eine Dekoration, die wir uns als Ego in der Gesellschaft anziehen, wenn wir unsere Rollen spielen und das Bewusstsein darüber reicht schon, ich sage nicht, er legt das Ego ab, das sagen irgendwelche verkorksten Mönche, die ihre größten Ego-Spielchen in den Klostern abziehen, ich weiß es aus unmittelbaren Erfahrungsberichten von meinem Onkel, der in China, in buddhistischen Klöstern, das ist ein Wahnsinn, was da für Ego-Kisten laufen und das sind die Leute, die gehen und betteln bei anderen und erzählen denen, sie sollen ihr Ego ablegen, ich weiß, köstlich, wir brauchen ein starkes Ego in der Gesellschaft, aber es genügt das Wissen, dass das Ego nur der Avatar ist wie in einem Computerspiel und hoffentlich haben wir an der Spielkonsole die Kontrolle über uns selber und das ist das Herz und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, es ist so einfach. Ich hoffe, du merkst, du hast das gemerkt beim Lesen, ich komme ja nicht mit irgendwelchen neuen spirituellen Theorien daher, sondern habe mich bemüht, aus den verschiedensten Richtungen das so zusammenzufassen, dass der Leser merkt, Spiritualität ist nichts Böses, ist nichts Anbettungswürdiges, es ist die Realität, es geht um Realität, wo ist denn bitte der Unterschied zwischen korrekter Wissenschaft und spirituellen Erkenntnissen korrekten? Überhaupt keiner, das ist eins. Es ist schwierig, ich war insofern froh, wie ich dann Fotograf wurde, weil ich bin seit über 20 Jahren Energetiker, ich denke, ich mache das ganz okay und den Leuten zu erklären, man ist Energetiker, also da ist man sofort in diesem Licht drinnen, ja was ist denn das für ein Spinner und sonst was und was bildet sich der ein und Teebeutelschwinge und egal was. Und ich will das auch gar nicht jetzt bestreiten, wenn ich mir die Szene anschaue, wenn ich in die Wirtschaftskammer gehe, ab und zu, ich will jetzt nicht Nest beschmutzen, aber da sehe ich mich auch nicht so wirklich wieder, da finde ich mich oft nicht wieder. Aber was mir dann auch wichtig ist mit dem Tiger-Symbol, obwohl, wenn man erkannt hat, ein Tiger zu sein, gibt es ja auch da noch Luft nach oben oder Entwicklungspotenzial, dass man sagt, man kann sich ja auch im Tiger, du kommst aus dem Heer vielleicht auch noch Streifen verdienen und so mal so. Genau, ist gut, ja genau. Und also, nämlich nur die Erkenntnis alleine reicht ja nicht, weil viele bleiben da hängen, kommt mir vor, dieses, ja ich bin da jetzt, ich bin jetzt kein, unter anderem Zeichen Schaf mehr, ja ich bin jetzt ein Tiger und das reicht dann, also diese Erkenntnis reicht und da bleibt man dann stehen, aber da fängt es ja dann eigentlich erst an. Und das ist mir, denke ich, noch wichtig, das einzuwerfen. Du, Oliver, eine Frage. Bitte. Also, Energetiker ist für manche Menschen ein Reizwort, für mich nicht. Ich kenne Energetiker, Gute wie auch Schlechte, aus meiner Sicht. Das heißt aber nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist, aber ich glaube, da gibt es einige Leute, die halt sehr sensitiv sind, die was spüren, wo man dem Klienten helfen kann, Blockaden aufzulösen. Das habe ich sogar selber mal bei mir selbst zugelassen und hat funktioniert. Perfekt gelaufen. Einen Scharlatan habe ich auch mal gehabt, aus Oberösterreich, einen weiblichen, die hat mit mir, ich nenne ich bewusst keinen Namen, die hat online so eine Art Rückführung mit mir versucht und ich habe mich einfach darauf einlassen. Und es war nett, es hat sich wirklich eine Kleinigkeit verändert in mir, aber letztlich habe ich es abgebrochen, weil die Dame mir erklärt hat, was in meinem Vorleben warst du. Nein, das muss schon ich wissen, nicht du. Darum wollte ich dich fragen, was ist dein Zugang zum Berufsstand oder zur Qualifikation als Energetiker? Was zeichnet dich als Energetiker aus? Naja, also wenn ich jetzt sage, was zeichnet mich aus? Ich beschäftige mich seit 28 Jahren intensiv mit der Materie. Das ist einmal Punkt eins. Ich habe über fünf Jahre Ausbildungen in Deutschland damals noch gemacht und habe aber auch nie aufgehört. Ich habe dann Astrologie noch dazu studiert quasi und habe dann Hebräisch auch noch gelernt, dass ich die Kabbalah dann auch noch mitverstehe. Also, dass ich mich im Lexikon orientieren kann, bitte. Weil die Übersetzungen haben mich genervt. Also, weil da immer was anders gestanden ist. Damals wird das Merkabar und das Lichtkörper aufkommen. Das hat mir das alles interessiert. Entschuldigung, ist das die, nur für mich Verständnis vorgehe, ist das die kabbalische Numerologie? Naja, Numerologie ist ein Teil davon, weil er das Sinn macht im Hebräischen, weil er der Buchstabe gleichzeitig Wort, Buchstabe und Zahl ist. Also, da macht ja Numerologie einen ganz anderen Sinn. Und auch diese ganzen Bibelkodierungen machen so einen ganz anderen Sinn als jetzt im Europäischen, mit unserem System. Numerologie ist einfach Teil dieser Bibelmystik, klar. Spannend. Okay. Wenn du jetzt hast, Beth, wie Haus, also das Bethlehem, Haus des Brotes, Beth, das Haus, die zwei und das B. Und du weißt ja nicht, weil die ja ohne Abstand geschrieben sind, die Bibeltexte, was ist denn da jetzt ursprünglich gestanden? Ja, genau. Das ist ja das Coole und also das ist ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann dir meine Definition sagen, also ich bin der Meinung, es gibt eine Lebensenergie, Annahme Nummer eins, die ist unsichtbar, Annahme Nummer zwei und die ist in jedem gleich und die meint es gut mit uns. Das ist eine Liebeenergie, ein Geschenk. Es ist kein Geschenk aus Zynismus oder sonst was, dass wir da in der Schule sind und lernen müssen, also da bin ich dagegen. Also das sehe ich nicht so, sondern das ist grundsätzlich immer eine Energie und wir können sie entfalten, wie wir möchten. Das Problem ist, dass sie unsichtbar ist und dass die Menschen verlernt haben, Symbole zu deuten, weil wir alles so vorgekaut und wissenschaftlich hingeknallt bekommen, verstehen wir das Symbol nicht mehr. Und darum, glaube ich, gibt es da so viele Auswüchse und man kann sich ja alles vorstellen im Unsichtbaren, weil ich muss ja mal lernen, da reinzugehen. Also ich habe sieben Jahre lang jeden Abend meditiert, mich hingesetzt, wie ich heimgekommen bin, von der Arbeit damals noch. Nur, wie kann ich die Aura sehen? Ich möchte das dritte Auge öffnen und so weiter. Und mir war das halt sehr, sehr wichtig. Bis ich dann gesagt habe, ja gut, meine Arbeit funktioniert so auch, ist mir wurscht und dann habe ich es gesehen. Aber der Punkt ist, loslassen. Ja, eben. Und das verstehen halt, das Sehen ist ja auch dann wieder nur der Punkt, ich muss ja dann auch noch interpretieren können. Und dazu braucht es Klarheit und Struktur und Erdung. Und meiner Meinung nach bedingt seriöse Energetik erstens einmal, dass jemand gut im Leben steht und selber klar ist. Also nicht irgendwo herum schwabuliert von Schöngeistereien, die zwar nett sind, aber das ist halt wirklich dann so Opium fürs Volk. Ja, genau. Und da gleich in der Erleuchtung sind, sondern der Punkt ist, ich brauche eine Struktur und wir sind Erdenwesen und mit dem müssen wir einmal klarkommen. Das heißt, wenn du dich mit Energetik, Esoterik beschäftigen willst, schau zuerst einmal auf dein soziales Umfeld, schau auf dein Bankkonto, schau einmal, ob du gescheit im Leben stehst und dann machen wir weiter. Darum ist das Basisschakra, die Erdung, das Wurzelschakra, die Basis, um überhaupt mal raufzugehen, bis dann zum Herz und dritten Aus. Sicher sind das die coolen Schakern, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Buchhaltung ist fad, da brauche ich dir wahrscheinlich auch nicht dazu, aber die gehört halt noch. Es baut ja das eine auf dem anderen auf. Genau. Und wer sind wir, dass wir dann sagen, das unten ist schlecht. Das ist ja wieder eine Dualität, die absolut unnötig ist. Es baut auf, es gehört zusammen. Darum gefällt mir so gut bei den acht Ebenen des Bewusstseins, die in Freiheit ist es drinnen, diese Spiral, diese Spiralmuschel des Bewusstseins mit den acht Ebenen, das eine geht ins andere über und mündet dann letztlich im holistischen, im ganzheitlichen Denken. Und da sind gerade einmal ein Prozent der Menschen wann überhaupt. aber es werden mehr. Wir wissen ja, 2025 ist, du bist ja auch Astrologe, sagen ja etliche Astrologen, schon lang, seit 2022 ist praktisch eine neue Zeit angebrochen und 2025 ist das Wendejahr. Und ja, ich bin ganz bei dir. Es ist ein unsichtbares Energiefeld. Ich habe es bei der Nahtoderfahrung erlebt, also ich habe es vorher schon als Kind gespürt, und bei der Nahtoderfahrung 2012 habe ich es erlebt. Es war eine wunderschöne Nahtoderfahrung, du hast das wahrscheinlich eh im Buch gesehen. Du beschreibst das im Buch, wollte ich gerade dazu sagen. Ja, danke. Und daher weiß ich auch, ich weiß, ich habe absolutes Wissen, dass ich die Seele bin und das ist unumstößlich, weil laut Wissenschaft sogar unmöglich die Erfahrung, die ich gemacht habe und erst recht die Erinnerung daran, ich habe beides und es sind tausende Fälle weltweit dokumentiert, wissenschaftlich dokumentiert, da führt kein Weg dran vorbei. Und dieses Energiefeld, ich nenne es halt Gott, es gibt keinen besseren Begriff, aber das kann daher nicht männlich sein, das kann daher nicht weiblich sein, das ist beides oder nichts von beiden, auf jeden Fall ein Energiefeld, wie du sagst, das meint es gut mit uns grundsätzlich, lässt ein Potenzial zu in jede Richtung, in jede Richtung. Das ist unsere Entscheidung, ob wir es annehmen oder nicht. und in dem Wissen bin ich dann auch in der Kette gehören, oder wie? Und eben im Wissen, dass wir alles wählen können, das ist ja das. Wir können uns auch heute, wir können heute beschließen, Alkoholiker werden. Ja, du hättest tablettensüchtig werden können und egal was, wir können alles machen, wir können jetzt mördern werden und sonst was. Wir haben die freie Wahl. Und das ist ja eben das. Aber wir können auch das Beste und das Klarste und die inspirierendste Version unserer Selbst sein. Und das finde ich halt gut. Und die Stelle, die du beschrieben hast im Buch, das war übrigens eine, das Buch ist generell authentisch, sehr faktenbasiert und ist sehr klar, das ist gut zu lesen. Aber bei dieser Stelle, wie du das beschreibst, das war ein Erlebnis, das hat mich berührt und seitdem weiß ich das. Da habe ich die richtig gut gespürt, also auch beim Lesen. Also das ist eine, also für mich jetzt eine sehr authentische Stelle im Buch gewesen. Also wie du das hingewiesen hast. Danke. Ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll. Ja, weil ich habe es einmal kurz angedeutet im ersten Buch in Degenhails und dann habe ich mir gedacht, nein, ich möchte es jetzt, so wie ich es im Tagebuch drinnen stehen habe, genauso den Leuten wiedergeben. Also nicht Tagebuch, ich führe ein Tagebuch, aber so ein Lebensereignisbuch, wo er einschneidende Erlebnisse einfach dokumentiert, um es nicht zu vergessen. Und das Erlebnis ist sowieso unausgleichbar. Du vergesst es sowieso. Also solche Erlebnisse vergisst man nicht. Nein, also das ist unmöglich, aber ich habe es dann auch noch die Umstände und alles so beschrieben, wie man es aufgeschrieben hat, weil ich gedacht habe, ich kann nicht nur immer übers Äußere fabulieren und warum das so sein soll. Nein, vor Gericht zählen auch unmittelbare Erfahrungen. Und ich bin Juristin und ich denke mir, wenn der Leser, der Richter ist, gegebenenfalls ein skeptischer Richter, der von sogenannten Esoterik, Spiritualität diese Welt nicht kennt oder verachtet, weil es ihm irgendjemand missgeredet hat, dann möchte ich mit wissenschaftlichen Fakten, aber auch mit der eigenen Geschichte so aufwarten, dass es ein dichtes Gestrüpp oder nicht Gestrüpp ist das falsche Wort, aber eine dichte Aneinanderreihung von Indizien, Beweisen und auch ein unmittelbarer Erfahrungsbericht ist, sodass, wenn man will, kein Zweifel mehr überbleibt. Es bleibt dann eh die Entscheidung beim Leser. Aber mir war wichtig, auch persönlich auszupacken, weil ich kann nicht nur vorne stehen und vor Leuten vortragen und reden und auf der Bühne stehen und ja, super und die Monika und alles ist klasse, die ist so stark, die hat noch nie im Leben ein Problem gehabt. Nein, deswegen habe ich auch die Depression beleuchtet und man soll sehen, dass ein selbstbestimmtes Leben, dass da ein gewisses Leid dahinter steckt, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und dass das nichts Besonderes ist, sondern ich halt ein Mensch bin, der sich geweigert hat, Psychopharmaka zu schlucken und den Ärzten gesagt hat, wisst ihr was, wortwörtlich, den Dreck könnt ihr selber schlucken, den könnt ihr den Leuten geben, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass ich dorthin gekommen bin, aber ich werde für das System sicher nicht schlucken, sondern durch Runterschlucken von etwas, das eigentlich rausgehört, kommt ja erst die Depression, also werde ich nicht auch noch Bullfall nachwerfen und das ist der wesentliche Punkt, glaube ich auch, wenn man authentisch nicht sein will, authentisch kann man nur sein, aber wenn man authentisch ist, dann berichtet man auch über Niederlagen und ich habe halt über diese sogenannte Niederlage, aus der ich gelernt habe, lange Zeit nicht öffentlich gesprochen oder eigentlich überhaupt nicht, sondern erst seit dem Buch, seit Ende 22, da schwingt ein bisschen so eine Offiziersähre mit, zuerst löst man das Problem und dann erzählt man es, wie man es gelöst hat, weil sonst hat ja keiner was davon, wenn ich nur sage, ich bin jetzt gerade schwertrepressiv und, wo ist die Auflösung? Das ist wie ein Krimi, wo du dann Mord siehst oder eine heikle Situation siehst, aber die Lösung, wie es passiert, ist erst das Relevante gegen Schluss, und da ist dann kein, das geht nicht. Also haben wir gedacht, okay, zuerst auflösen und dann zeigen, weil es ja eh nicht anders gegangen, ich wäre ja auch nicht bereit gewesen, vor anderen Menschen darüber zu reden, weil es mir schlecht gegangen ist. Ich habe mich ein Jahr fast verbarrikadiert und habe Modelleisenbahn, meine Frau, die Jasmin, begeistert, Lokomotiven irgendwo, haben wir gesehen, im Allgäu in Deutschland und das Kind in uns beiden und der Riesenmodell-Eisenbahnanlage baut, Spur 1, also Maßstab 1 zu 32, solche Wascher-Lokomotiven, 10 Kilo Schwarz, die dampfen und fachen herum, wunderschön und dadurch bin ich sehr stark wieder zu mir in Verbindung mit Wandern, also Naturbezug, barfuß durch Bachbeete, bei jeder Temperatur, barfuß im Garten aussehen, auch im Winter, Liebe natürlich zur Partnerin und Retour und Sport und das war es, das war mein Therapieprogramm und es war gut, aber es war nötig, so tief zu fallen, unter Anführungszeichen, und fast nicht mehr, fast bewegungsunfähig zu werden, um mir bewusst zu werden, dass das, was mich antreibt, seit der Kindheit, das ist die Seele, ich habe mich seit der Kindheit, du hast das eh gelesen, ich habe mich beschäftigt mit der Seele, ich habe gewusst, dass es sie gibt, ich habe es gespürt und habe meine Eltern Lächer im Bauch gefragt, wo ist die Seele und so weiter, aber auch teilweise gute Antworten gekriegt und das ist mein Lebensthema und wenn ich beim Abholpunkt Krisen wie Ukraine kriege und verletzte Neutralität und andere Themen stehen bleibe und auf einem Schlachtfeld nur mehr argumentiere an der Oberfläche mit teilweise netten, teilweise verwirrten Medienleuten und Politikern, die halt irgendwas anders hören, als du sagst, dann leidet die Seele, meine Seele hat gelitten, aber ich habe es nicht mehr gehört, weil ich mich dauernd im Abwehrkampf beschäftigt habe und dank der Depression, ich habe es zulassen, dass ich mich mit mir beschäftigt habe, bin ich dann drauf gekommen, wo tatsächlich meine Aufgabe liegt und das ist das, was ich jetzt mache. Ja, was ja eigentlich eine weitere Aufgabe ist, weil du hast dich ja sehr für die, ich hoffe, ich sage jetzt richtig, transsexuellen Rechte auch eingesetzt, also da warst du ja auch schon eine Vorreiterin, eine Kämpferin, also das war ja der erste große Kampf, denke ich, also den du auch in Freiheit erwähnst und wenn man sowas natürlich schafft, dann erzeugt es ein Vakuum und wo geht der Tiger dann hin oder die Tigerin? Darf ich kurz für die Leser erwähnen, was gemeint ist damit? Also Leser sage ich jetzt, für die Zuseher, Entschuldigung. Ja, hoffentlich auch bald Leser. Ja, gerne, ja. Ich gehöre bewusst nicht dieser LGTB-Bewegung an. Mir interessieren keine Bewegungen in dieser Art. Ich bin froh, dass es sie gibt, aber ich finde manchmal überzogen, was da gemacht wird und ich bin auch nicht dafür, dass der Gesellschaft jetzt vermittelt wird, dass das die neue Normalität ist. Nein, das ist nicht die neue Normalität. Fertig. Es ist eine Normvariante, zu LGBT dazugehören, aber ich bin Mensch und ich möchte niemandem mein Lebensmodell aufs Auge drucken. Und mir war wichtig, dass der Operationszwang, den gab es wirklich bis 2009, dass der Operationszwang, der Indirekte, an Transsexuellen wegfällt, dieser genital anpassende Irrsinn, wie ich ihn nenne. Wenn es jemand will, soll er es tun, aber etwa 50% der Betroffenen wollten das nicht. Deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass er aufgehoben wird, damit Entscheidungsfreiheit darstellt. Entschuldigung, darf ich da einhaken, ganz kurz zum Thema Operationszwang. Also ist das wortwörtlich so zu verstehen, dass transsexuelle Menschen dazu gezwungen wurden, quasi sich umoperieren zu lassen? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig verstanden. Ein indirekter Operationszwang, man hat ihnen die Dokumente verweigert und damit, also die richtigen Personenstands und Namensänderungen und diese Dinge, hat man verweigert, wenn zum Beispiel ein trans Mann, also biologisch ursprünglich weiblich, als Mann leben wollte, die musste sich laut einem sogenannten Zettel aus dem Innenministerium, nicht einmal alloß, gar nichts war das, musste sie sich die Gebärmutter rausnehmen lassen und die Vagina vernähen. Und bei trans Männern kann man sich, trans Frauen, kann man sich das Pantan dazu vorstellen. Und der Zwang war groß, so dass viele gekippt sind, weil ohne Dokumente nimmst du am öffentlichen Leben nicht teil. Kriegst keinen Job und so weiter. Also viele, und viele haben sich umgebracht, nachdem sie sich falsch zur Operation entschieden haben und unzufrieden damit waren, weil das Handwerksverkürzungen und Dauerhormoneinnahme, also die sind mit Komplikationen auch verbunden. Das ist ja nicht die heile Welt dann. Also nicht, für viele ist es nicht. Viele sind zufrieden damit. Also ich mag es jetzt nicht bewerten. Es geht mir nur um die Entscheidungsfreiheit. Und da haben wir die völlige Parallele zum indirekten Impfzwang. Ja, also das heißt, wir reden jetzt von einem Gesetz in Österreich oder einer Bestimmung in Österreich nicht über Ruanda oder sonst was, nur um das noch einmal klarzustellen. Ja. Das ist im welches Jahr... Nicht über Ruanda oder... Ruanda, sorry. Ja, ja, wir reden von Österreich. Kein afrikanischer Staat. Wir reden von Österreich. Ja, wir reden von Österreich. Und bis wann war das so? Also sag noch einmal eine Jahreszahl, nur dass man das sickern lassen kann. Bis 2009. Man ging bis im selben Jahr in England als Engländerin oder als Engländer zur Behörde und hat Meldeamt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es in England heißt, und hat gesagt, ich bin zwar biologisch männlich geboren, aber ich möchte als Frau leben, habe schon gewisse Anpassungsmaßnahmen gemacht, also mit Rascheport wahrscheinlich nicht, aber man geht dorthin und hat dann sofort die Personenstandsdokumente bekommen, die neuen. Da war kein Operationszwang dran geknüpft. In Österreich wurden diese Personenstandsänderungen, Geschlechtsvermerk im Geburtenbuch beziehungsweise dann die dran geknüpfte Namensänderung verweigert und damit für viele eine wirtschaftliche Existenz verunmöglicht. Und wir haben da, das war in Österreich die Rechtslage bis 2009, der Verfassungsgerichtshof, ich habe zwei Jahre gekämpft drum, und jemand anderer beim VWGH, ich beim VFGH, der VFGH hat mir noch zwei Jahre Rechtskampf recht geben und dann ist es in Österreich aufgehoben worden, dieser Menschenverordnete Operationszwang, 2011 in Deutschland, durch das Deutsche Bundesverfassungsgericht unter Berufung oder Abstellen, auf meinen Fall in Österreich. Aha, die Österreicher kennen das auch, das kennen wir auch. Und darum war ich froh, dass ich auch an der Aufhebung des Impfpflichtgesetzes beteiligt sein durfte, weil derartige Zwänge, Eingriffe in unsere Gesundheitsautonomie weder mit dem Naturrecht noch mit der Verfassung vereinbar sind. Und letztlich gibt es starke Parallelen zwischen dem vormaligen OP-Zwang an Transsexuellen und der Impfpflicht, wie sie sogar in Gesetzesform da war in Österreich, wieder als Musterland. Und anscheinend haben sich diesmal auch die bundesdeutschen Kolleginnen und Kollegen von Österreich beeinflussen lassen, dass so etwas die Bevölkerung nicht mit sich machen lässt. Und das ist gut so. Wie man das kämpft, wusste ich ja schon Jahre vorher, bevor die Z-Diktatur war. Das heißt, das habe ich in meinem Blut. Und als Juristin auch die Kanäle, wie man das transportiert und wo man das transportiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr froh, dass bei der Z-Diktatur immer mehr Menschen realisiert haben, dass das nur der Kulminationspunkt ist. Weil wenn man sich vorstellt, dass transidente Menschen in eine Splittergruppe genötigt wurden, sich genital anpassend operieren zu lassen und damit unfruchtbar und alles Mögliche mit sich machen zu lassen, dann weiß man, in welchem Korsett beide Geschlechter, Mann und Frau, eigentlich stecken. Du darfst nur so sein, du darfst nur so sein. Das heißt, das ist ja das unsichtbare Gefängnis. Also nicht nur die Energie Gottes ist unsichtbar, sondern auch das Gefängnis für den Verstand, wie du zu sein hast. Das kannst du nicht angreifen. Das ist ein Regelwerk, das wird erwartet. Wer weiß, was in 100 Jahren ist. In 100 Jahren laufen nur Männer mit Steckelschuhen herum und lange Haare und die Frauen haben Kurze oder wie, ich weiß es ja nicht. Aber das hat doch bitte nicht ein System, nicht eine Gesellschaft dem Einzelnen zu sagen, wie er zu sein hat, sondern das ist die Ausdrucksform unserer Seele. Das ist die Freiheit, von der ich rede. Von einer anderen Freiheit rede ich gar nicht. Die Ausdrucksform der Persönlichkeit, seiner Seele nach außen Ausdruck zu verleihen. Und ich denke, das ist Gott gegeben, das ist Natur gegeben. Das kann einem auch niemand nehmen, das geht nicht. Das kann man sich nur nehmen lassen. Aber es kann uns faktisch niemand nehmen. Und selbst wenn wir in einem Gefängnis sitzen, haben wir die Möglichkeit, unsere Individualität ausdruckt zu verleihen. Ja, ich denke, wir können jetzt langsam dann das einmal so abrunden alles. Aber ich sage immer dazu, wer noch nie die Werte der Eltern hinterfragt hat, und nicht weil die böse waren, aber diese Werte mal hinterfragt hat und geprüft hat für sich, der hat da, der hat wesentliche Schritte noch nicht gemacht. Und manchen fällt es halt früher auf und manchen fällt es gar nicht auf. Also ich bin immer wieder baff. Also wie wir in Österreich teilweise wie im Auenland leben, also vom Herr der Ringe raus. Also die große Welt ist draußen. Und bei uns ist es schön. Aber man darf ja auch den goldenen Käfig da ein bisschen hinterfragen. Und man kann ja da auch schauen, gäbe es vielleicht noch andere Wege. Genau. Und wenn man das hört, eben was sie jetzt rechten, es war bis 2009, bitte, in unserem tollen, freien, demokratischen Staat, wo ja jeder das selbe, wo jede Stimme zählt, so quasi. Also da kann man ja dann mal drüber nachdenken. Ja, Wahnsinn. Und vor allem, das Spannende war ja damals, dass das Innenministerium sich geweigert hatte, bis, ich glaube, April 2010, das Erkenntnis des VfGH umzusetzen. Ich habe mehrfach gewarnt im Innenministerium, habe ich gesagt, Leidl, wenn ihr das jetzt nicht umsetzt, ihr seid verpflichtet, das ist die oberste verfassungsrechtliche Instanz der VfGH. Und ihr sagt, also uns ist es wurscht, was der VfGH sagt, hat er damit zu mir gesagt, eine Juristin aus dem Innenministerium. Und ich habe gesagt, okay, wenn es dabei bleibt, ich mache Strafanzeigen gegen euch. Und ich habe sie straf angezeigt. Und auf einmal haben alle Betroffenen ihre Papiere gekriegt, auch ohne Operation, wenn er dann glaube ich, jetzt geht es zur Sache. Also es gibt offensichtlich Leute, die ein verkrustetes System nicht aufbrechen lassen wollen. Aber ich bin jetzt die Letzte, die sagt, dass das Krusten schlecht sind. Auch ich sehe nämlich nach einer gewissen Normalität, nach einer gewissen Kontinuität zumindest. Also ich bin, zum Teil bin ich auch konservativ. Ich bin nicht nur progressiv, oder wie man das jetzt nennt, und kreativ, sondern habe auch konservative Werte in mir drin. Und das gehört zum Menschsein, dazu finde ich. Aber ich möchte für mich entscheiden dürfen, wie ich als arbeitendes Mitglied dieser Gesellschaft, die genug Steuern in das System hineinbuttert, wie ich lebe, wie ich gesund zu erachten gedenke, also wie ich erachte, gesund zu sein, psychisch und körperlich, ist meine Sache. Meine Ausdrucksform ist meine Ausdrucksform. Und ich denke, dass das bei jedem Individuum so sein sollte, und letztlich müssten ja die Leute, die politisch, medial, religiös, davon profitieren, dass die Arbeit der Masse was tut, froh sein, wenn es starke Individuen gibt, weil dann ist die Gesellschaft stärker und damit auch produktionsfähiger. Also es gibt keinen Grund, die Menschen in ihrer, keinen rationalen Grund, die Menschen in ihrer Ausdruckskraft zu leben. Gibt es keinen logischen Grund. Außer man vermutet, dass es eine Verschwörung gibt. Aber die gibt es meines Erachtens nicht. Weil die Pläne liegen ja offen. Was die Unterdrücker machen wollen, sagen sie ja ganz offen. Sie setzen es vor aller Welt Augen um. Und damit ist man bei keiner Verschwörung, sondern es ist eine Agenda-Praxis, die läuft. Und sie ist gescheitert. Sie ist in breiten Teilen gescheitert. Das ist die gute Botschaft. Ja. Und diese Kontrolle, also das war ja auch ein Gefühl damals, wie die AC-Krise losgetreten wurde. Das war schon mein Gefühl. Das wird sich nicht halten, egal wie dunkel es wird, egal wie schräg es wird. Das kann sich nicht halten. Also das war schon im August, da passt was überhaupt nicht mehr zusammen. Aber das sieht man auch. Das heißt, je härter die Mauern, je strenger die Fesseln, umso schneller kommt dann auch der Fall. Irgendwann einmal wieder. Und je mehr ich eigentlich, wenn man sich bewusst machen würde, dass der Sklavenhalter eigentlich der Sklave der Sklaven ist, weil der ja immer schauen muss, dass ich die nicht aufnehme, da kann sich doch kein intelligenter Mensch mehr in diese Position begeben, wenn man sagt, ich habe zehn unter mir, aber ich muss schauen, dass wir die nicht auf meinen Tee vergiften oder mich in der Nacht ertolchen. Und also darum, es ist eigentlich bemitleidenswert, wann du da oben bist. Ja. Weil das ist ein Haifischbecken unter dir. Schwierig. Das habe ich ja im Buch beschrieben im Gefängnis für den Verstand, nämlich, dass die Wärter letztlich dieselben, also die Opfer des Systems sind. Und es ist fast schade, dass wir zwar nicht schon miteinander gesprochen haben, bevor ich das, oder während ich das Buch geschrieben habe, weil ich habe jetzt gerade durch deine Worte gerade das Bild im Kopf gehabt von einer Hundehalterin oder von einem Hundehalter, wo an der Leine der Hund zerrt. Wer ist da jetzt der Chef? Wer ist da jetzt der Sklave? Der Hund kann nicht so rennen, wie er will. Der, der die Leine hält, aber auch nicht. Und der hat sogar noch mehr Regeln zu erfüllen, als der Hund. Das heißt, beide sind die Sklaven des selben Systems. Es wäre doch schöner, wenn der Hund weiß, dass er frei laufen kann, hin und wieder zurückkommen muss. So habe ich das mit meinen Hunden immer, auch mit Rottweilern und deutschen Docken, die ich gehabt habe. Ich habe das immer so gepflegt. Du weißt, ich bin in Linz geboren. Meine Hunde sind freigelaufen neben mir, aber wenn ich geschrien habe, sind die links an meinen Knie gepickt und haben damit sonst ihre Freiheit gehabt. Das ist auch eine Umgangsform, oder? Und da war keiner Sklave oder sonst irgendwas, sondern das war auf Rudelordnung. Ein Hund braucht einen Führer, ganz klar. Aber sonst so frei wie möglich. Und so sollte es auch bei den Menschen sein. Die Menschen sollten so frei wie möglich sein dürfen. Innerlich sind sie es ja eh. Wir sind ja eh frei seelisch. Unsere Seele weiß das. Das ist, glaube ich, so wie die Einleitung geschrieben, so ein Buch. Unsere Seele weiß, dass sie frei ist. Es ist nur der Verstand, der sie unterordnet und irgendwo eingliedert und dann dafür sorgt, dass aus der Schöpferkraft runtergedrückt irgendwann einmal so eine Opfermentalität wird. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Und aus diesem Grund geht das nicht. Und wenn der Mensch das kann, muss an den Menschen irgendwas verdächtig sein. Die muss kontrollierte Opposition sein, die Monika Donner. Das gibt es ja nicht, dass die ihr Freiheit auslebt. Da gibt es echt, das ist mir berichtet worden, es gibt ja Telegram-Gruppen oder hat es auch mal gegeben während der C-Diktatur. Die haben geschrieben, Corona-Diktatur lesen sie nicht, weil die Monika Donner hat wahrscheinlich keine Gebärmutter und aus deswegen kann es keine echte Frau sein und mit so jemandem wollen wir nichts zu tun haben, weil das ist eine Transhumanistin. Da haben wir gedacht, aha, es ist genau das Gegenteil der Feuer, aber macht nichts. Lassen wir den Leuten die Fantasie. Was bedeutet es? Es hat damals bedeutet, der Druck war immer noch nicht groß genug, dass man hinhört. Und es ist ja auch nicht, dass jemand jetzt auf dich hören muss oder auch auf mich, wenn ich arbeite, sagt ja keiner, weil alle Wege führen Rom. Mir wurde auch unter einem Video, ich habe mal astrologisch diese Übersterblichkeit betrachtet, nur astrologisch, eine Analyse, dass ich sage, was deutet astrologisch darauf hin, dass wir so eine erhöhte Übersterblichkeit haben. Keine Theorie, gar nichts, nur geschaut, die astrologische Sprache, die Glüven interpretiert. Und ich hatte wirklich in den Kommentaren drinnen, wer sponsert sie eigentlich? Sicher die, so quasi die Big Farmer, wenn sie so etwas schreiben, dass die Sterne schuld sind. Das wird so sehr sterben. Was wird denn? Was wird denn? Es ist so geil, weil ich habe mir drunter geschrieben, mit einem Superlike können sie mich sponsern. Super, super. Du Oliver, anstatt dass man die Kombination sieht, das ist ja im Prinzip eine Ergänzung, was du geboten hast, zum anderen Bild. Mir ist auch schon gesagt worden, Monika, warum beschäftigst du dich mit Astrologie? Sag ich, tue ich nicht. Ich beschäftige mich indirekt damit, indem ich mit Leuten, die sich mit Astrologie beschäftigen, Gespräche geführt habe, während ich Freiheit geschrieben habe, weil ich nicht nur die strategische Analyse aus politischer, medialer, juristischer Sicht die Geübenüberstellung machen wollte für die Prognose in der Zukunft, sondern da bediene ich mich natürlich auch dessen, wovon ich keine Ahnung habe, nämlich Astrologie. Und wenn mir das wäre schlüssig vermittelt und das passt zu meiner Analyse aufgrund der Faktenbasis, dann verwende ich es natürlich. Und wenn es dagegen sprechen würde, dann habe ich entweder ihren Fehler gemacht oder auch die. Aber es passt zusammen. Auch Numerologie, ontologische Mathematikerin, die Ingrid Rasellenberg, du hast das eh gelesen, perfekt, wie sie das erklärt. Völlig wertneutral. und hat auch eine Ahnung von Astrologie. Jetzt rede ich mit dir, ich freue mich sehr. Das heißt, man sollte anerkennen, dass es verschiedene Disziplinen gibt und wie du sagst, alle Wege führen letztlich nach Rom. Warum schauen wir uns nicht gleich das ganze Wegenetz an? Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg, vielleicht gibt es einen gemeinsamen anderen Weg. What's the problem? Also dieses ewige, das darf nicht und das darf nicht und das muss so sein, das muss so sein. Nein, es darf alles sein, was letztlich den Menschen zu mehr Freiheit verhüft und zu seiner Ausdrucksfähigkeit beiträgt im Sinne von Förderung des Potenzials und der Begabungen. Wozu leben wir denn auf dem Planeten? Das muss man schwer machen. Ich hoffe nicht. Ja, genau. Ja, wunderbar. Sehr schön. Also, apropos Symbole der Monitor Verlag mit TH und die Frau Donner, darf ich da noch einmal ein Symbol vermuten mit dem Hammer. Ja, das ist der Thor aus Hammer. Das ist der Mjölnir, ja. Der Mjölnir und die Frau Donner. Wunderbar, ja. Naja, Donner kommt ja von Donar. Donar, ja. Da praktisch das südgermanische Begriff für Thor. Für Thor, ja. Moni Thor, Moni Katona und der Mjölnir gefällt mir deswegen, weil der haut einmal wohin, dann zerbricht was und da wächst was Neues rauf. Also, das ist für mich ein Symbol für Zerschmettern der Lüge oder der Unwahrheit und dann kann was Neues daraus entstehen und das ist ein kreativer Prozess und nicht umsonst, galt Thor, soweit ich weiß. Wir haben ja beide damals nicht gelebt und die Germanen haben ja kaum was schriftlich festgehalten, aber er soll der Gott der Bevölkerung gewesen sein und beliebter als Odin. Der Göttervater war der Thor, weil er ein Draufgänger war und für die Leute da, also ein Volksgott und das gefällt mir ganz gut. Ein Draufgänger mit einem Hammer als Beschützer der Bevölkerung finde ich irgendwie lässig. Ich würde es nicht sagen, dass es ich bin, überhaupt nicht, aber das Symbol gefällt mir gut. Ja, da kannst du dir dann vielleicht ein Buch nochmal schreiben, der Hammer in High Heels oder so. Das kann gefährlich sein. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Ja, super. Übrigens ist der Thor, habe ich mir sagen lassen, ist der Thor laut den Überlieferungen, laut der Edda, um die Riesen zu besiegen, um die Riesen zu besiegen, hat er sich als Frau verkleidet und ist hingegangen und hat es dann unter den Tisch gesoffen oder irgend so. Total spannend. Ja, aber da sind wir wieder bei den personifizierten Gottheiten und da finde ich das, also am besten gefällt mir der jüdische Ansatz. Da ist Gott unsichtbar. Wir sehen jetzt einmal vom Terroristen im Alten Testament ab, aber der jüdische Glaube hat sich auch entwickelt. Und dass das unsichtbar ist, dass das eine Energie ist, das gefällt mir gut. mit den ganzen heiligen Figuren und dem ganzen Ding in der christlichen Kirchen. Die Kirchen gefällt mir als Ort von Kraft, aber mit den Figuren habe ich wenig angefangen. Und auch die Muslime sagen, dass Gott unsichtbar ist. Also wie kann man dann bitte eine Personeneigenschaft zuordnen als männlich oder sonst irgendwas, das kapiere ich nicht ganz. Aber letztlich ist die germanische Götterpantheon ja riesengroß. Und das macht es wieder so offensichtlich, dass diese Götter mehr oder weniger Menschen geschaffen sind, Spiegelbilder, Sehnsüchte, die da projiziert werden. Und da ja jeder seine Wahlfreiheit hatte, ist das aus meiner Sicht vollkommen okay. Nur sagen wir bitte ja nicht, ich muss den oder den Gott haben. Das geht bei mir nicht. Ja. Nein, das ist eben dieses Bildnismachen von Göttern. Dadurch haben wir das Symbol verlernt leider. Also das Symbol als Wegweise und nicht als Endbild. Und das sollte man wieder verstehen auch. Also dieses Du hast dich ja im Hebräischen auch mit der Symbolik beschäftigt, oder? Ja. Was ist das Symbol im Hebräischen für Gott? Das Tetragamathon, also J-H-Wa-He. Also J-H-Wa-F-He. Also die vier Buchstaben, die nicht genannt werden dürfen. J-H-W-H, ja genau, J-T-H-Wa-F-He. Das ist halt das, und da gibt es halt verschiedene Übersetzungen, weil es ja keine Vokale gibt im Hebräischen. Darum gibt es ja diese unterschiedlichen Ausspruchsformen, und soweit ich jetzt weiß, wird ja der Name Gottes dafür nicht genannt werden. Also das ist ja das, was nicht auch nicht gelesen wird in der Tora, bei den Lesungen, soweit ich das jetzt noch mich erinnern kann. Und ja, also das sind halt diese, das sind halt so diese vier Buchstaben, die übrigens, wenn man es übereinander legt, ausschauen wie ein Mensch. Ist ganz spannend. Ah, okay. Schau dir das mal an, die Symbolik ist wirklich cool. Okay. Und Jesus, also Jeschua ist ja J-T-H-S-H-N-Wa-He. Das sind dann die fünf Prinzipien. Also du hast das Shin dann in der Mitte, das auch teilweise eine Treppe symbolisiert. Also es ist eine sehr symbolträchtige Geschichte. Also das ist ganz cool. Wobei Jesus ja sowohl im Judentum, also mit der jüdischen Religion, als auch in der muslimischen Religion nichts anderes als ein Prophet. Also die einen und viele sagen ja sogar, dass er nicht der Messias war, weil er hat sich ja nicht von den Römern befreit. Aber nicht Gott. Nicht Gott. Ja klar, der Friedrich Weinreb, einer der größten Kabbalisten, also nicht vielleicht für die Einsteiger der Beste, aber sicher einer der wertvollsten Kabbalisten, der sich damit beschäftigt hat, der hat auch gesagt, er hat das Neue Testament gelesen, da steht nichts anderes drin als im Alten. Das sind nur andere Worte. Das ist anders formuliert. Also er sieht da auch keine Diskrepanz zwischen der Tora und eben dem Neuen Testament von den mystischen Schriften her. Also ich sehe eine große Diskrepanz, aber die habe ich eh schon herausgearbeitet. Ja, das hast du eh geschrieben. Aber ich denke, das ist die reine Wortinterpretation und da können Übersetzungsfehler und was weiß ich was drinnen sein. Mir geht es halt vorwiegend um die christlichen Missverständnisse. Ich kann nicht über eine jüdische oder muslimische Geschichte, weil in diesem Kontext bin ich nicht aufgewachsen. Ich bin halt katholisch sozialisiert sozusagen mit allen Vor- und Nachteilen und war acht Jahre in einem Jesuiten-Kollegium, wo mich allerdings die Bibel dort ziemlich wenig interessiert hat und die war gut, die Schule. Aber ich möchte jetzt nicht über andere Religionen irgendwie da urteilen müssen, sondern ich schaue mir in der deutschen Sprache die Schrift an und sage, da gibt es so große Diskrepanz zwischen Alten und Neuem Testament. Ob das jetzt gefälscht ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wichtig ist, dass wir Gott als unsichtbare, so wie du sagst, als unsichtbare Energiequelle anerkennen, aus die alles speist. Und das ist mit der Wissenschaft vereinbar. Irgendwelche Personengottheiten, die herumhupfen und ein Volk bevorzugen und solche Dinge, das hat für mich mit Gott nichts zu tun. Weder im christlichen noch sonst irgendwo Kontext, sondern ich denke, es ist eine Energie, die alles speist und aus der wir schöpfen können, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der Religion, unabhängig von irgendwelchen Ansichten, sondern dass das die Realität ist, die ja naturwissenschaftlich nachgewiesen ist. Wenn wir uns auf das einigen, gibt es auch keinen Grund, warum sich Religionsanhänger streiten sollten. Und das ist ja spannend. Also mein Hebräischlehrer hat gesagt auch, es ist ja wurscht, welche Übersetzung, da wurde ja angesprochen auf die Bibelübersetzung und was ist denn jetzt die beste Übersetzung mit Bibel. Und er hat gesagt, naja, die, die du hast und das ist dein heiliges Buch, das ist halt die für dich passende Übersetzung und da braucht man nicht diskutieren. Wenn du sagst, das ist deine heilige Schrift, dann ist das die heilige Schrift, da braucht man nicht mehr reden. Problematisch wird es ja immer erst in dieser profanen Auslegung. Das heißt, ich nehme ein Symbol wortwörtlich oder ein Wort, das ich nicht verstehen kann aus dem Kontext raus und lebe das dann aus. Und das ist ja dann das Problem eben. Aber wie gesagt, ich sehe auch das Religiöse und auch die Beschäftigung mit dieser Energie und nämlich, dass die Seele wieder mit Bildern gefüttert wird und da ist es wurscht, also schönen Bildern. Und das ist wurscht, ob du Märchen liest von Grimm oder egal was, nur gib deiner Seele Nahrung. Oder lese was Authentisches, eben auch wie Freiheit von Monika Donner zum Beispiel. Lese was Authentisches und du kriegst wieder Bilder. Ich meine, da kriegt man viel Fakten, aber man kriegt auch dann so Impulse rein in dem Buch. Und ich finde, dass unsere Seelen, obwohl wir mit so vielen Bildern umgeben sind, jederzeit im Smartphone, wischwisch und sonst was, dass wir irrsinnig arm geworden sind auf dieser Ebene. Und die gehört genährt. Und je stärker dieses Licht ist, je stärker wir diese Fantasie wieder haben, dann umso freier sind wir auch wieder, denke ich. Und umso ein größerer Reichtum und Potenzial haben wir, dass wir nicht jeder Enttäuschung aufliegen im Außen und sind uns selber eben stark. Du hast das Krafttier, den Tiger erwähnt. Wenn man so etwas nähert, solche Bilder nähert, mit den Symbolen sich beschäftigt, dann spürt man diese Kraft. Und davon bin ich überzeugt, wir wurden nach den Tieren geschaffen, von der Schöpfungslehre her. Und deshalb haben wir diese Tiere auch in uns. Wir können die aktivieren, darum tun wir uns auch leichter mit Tier, mit dieser Verwandtschaft, sage ich mal. Und wir können diese Potenziale, die auch in den Fabeln und so überliefert sind, wir können diese Eigenschaften auch aktivieren durch die Beschäftigung mit diesen Symbolen. So sehe ich es auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir und ich habe auch den Eindruck, dass die Beschäftigung mit den inneren Bildern tatsächlich die Lösung ist. Und da reden wir jetzt von Intuition, da reden wir von Herzenswärme und so weiter, von einem gesunden Spiel und auch von einem gesunden Menschenverstand. Weil diese ganzen Fremdbilder auf jeder Straße, zig Verkehrszeichen, werbetaufeln, dann rennen die Leute mit dem Kastl herum und rennen sie fast gegenseitig über den Weg, rennen von einem Kastl zum anderen, nämlich von einem Haus zum anderen, um dort wieder vor dem Kastl zu sitzen. Dann kommen sie heim, entspannen sie wieder vor dem Kastl. Ich meine, wir reden jetzt auch gerade vor einem Kastl. Ja, klar. Aber das ist gerade ein kreativer Prozess hoffentlich. Ja. Hoffentlich wird er als solcher anerkannt. Und wir können die Kastln ja konstruktiv nutzen für solche Gespräche, zum Beispiel für alternative Medien. Und hoffentlich kommt es einmal auf die Leitmedien-Trog, dass wir wieder eine Gesprächsdiskultur kriegen, dass es wieder so etwas gibt wie Club-2-Sendungen, nur halt in neuer Form, wo Menschen miteinander reden und durchwegs unterschiedliche Meinungen haben dürfen, ohne dass der eine als Linker oder als Rechter oder was verschrien wird, sondern dass Menschen einfach wieder reden miteinander und sich anerkennen und letztlich draufkommen, sie reden eh vom Selben, nur halt mit anderen Worten. Das wäre schön, dass wir draufkommen, dass dieses ganze Ego-Theater wunderbar bunt sein kann, aber es ist jetzt nicht die letzte Realität und das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen und ich freue mich schon sehr drauf und danke für die Einladung, Oliver, von dir und auch für die Aufbereitung, ich sehe auch, du hast dich intensiv eineinhalb Tag auseinandergesetzt mit deinem Buch und ich finde, du hast auf, wenn ich das so sagen darf, auf sehr intelligente Art und Weise den Einstieg gewählt und die Fragen formuliert und interessant gestaltet, dafür bin ich sehr dankbar, weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute Sendungen mit mir über Bücher von mir machen, die sich nur oberflächlich damit beschäftigen, wo es eher um Klickzahlen geht und ja, ist eh super, das ist so halbherzig, also ich weiß es sehr zu schätzen, was du tust, Oliver, Dankeschön. Vielen Dank, also ich habe mich gefreut, den Menschen, Monika Donner, kennenzulernen, auch nachdem ich deine Werke eben schon, also das jetzt erst kürzlich, aber natürlich auch durch diese C-Diktatur und diese ganzen Sachen, dich sehr zu schätzen gelernt habe und deinen Mut bewundert habe und dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne mit dem Menschen, Monika Donner, da auch reden und das freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Zuseher da jetzt noch drangeblieben sind und ich habe gemerkt, du hast ja selber verlinkt auf eine Buchhandlung, wo es das Buch zu bestellen gibt, eine Wiener Buchhandlung, das verlinke ich dann unten noch einmal in den Text, wo ihr das bestellen könnt, ist nämlich, mir ist zum Beispiel bei Talia nicht aufgelistet worden, also ich hätte das erst einmal gesucht. seit Corona-Diktatur ist kein einzig, auch die psychotherapeutische Romanen, Normal war gestern und andere Bücher, sind bei Morava und Talia nicht mehr auf der Plattform. Und jetzt kommt aber das Pigote. Wir haben hunderte Bestellungen oder Stör kriegt sie, weil das ist unser Hauptauslieferer, von Talia, von deutschen und österreichischen Filialen und auch von Morava kommen Bestellungen, weil die Kunden das vor Ort haben wollen. Aber sie haben seit Corona-Diktatur alle Bücher von mir gelöscht, weil das ist ja böse so auf die Ort. Der Umkehrschwung, der Umkehrschwung kommt bald, weil das Corona-Diktatur nun einmal die Lage so abspielt, wie es ist und auch die Prognose genau so drinnen hat, wie es jetzt eh alles sich abzeichnet. Also die kommen schon zurück. Und das Buch, darf ich das noch kurz erwähnen? Ja, bitte. Die Corona-Diktatur war ganz kurz im ORF. Für 30, und das wollte ich ja gar nicht. Zumindest habe ich nicht daran gedacht. In einer Kulturhäute oder so heißt die Sendung, glaube ich. Und da sitzt einer mit so hoch tupierten Haaren und sagt nur, ja, die Monika Donner ist die Schutzmantel Madonna der Verwirrten und Verhetzten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass ich Betreuerin von ORF-Mitarbeiter bin, Böse, Klammer zu, Sarkasmus. Und dann hat er kein Wort über das Buch verloren, hat es genommen und hat gesagt, er legt es jetzt unter das Tischbein. Und ich habe mir gedacht, eigentlich traurig, weil, wenn es denn schlecht wäre, konnte er es sagen. Warum machen sie denn Werbung dafür? Ja. Weil das war im Februar 2022, weil da schon das Kippen ersichtlich war. Das Impfpflichtgesetz kommt nicht durch. Die Impfschäden werden immer evidenter. Das heißt, aha, wir müssen ein bisschen was von der Gegenseite auch bringen. Und jetzt kommt, jetzt kommen schon ganz andere Sendeformate auf mich zu, weil jetzt kann man plötzlich drüber reden. Und da Martin Stöhr noch zum Abschluss, die Buchhandlung in Wien, ist eigentlich ein Militärfachbuchhändler. Und ich glaube, der größte im deutschsprachigen Raum. Und dort kaufen die Leute jetzt Bücher, auch wie Tiger in High Heels, Normal war gestern. Nein, normal war gestern nicht, das ist der Verlag Berger. Und auch Freiheit. Kaufen die Leute jetzt solche in einem Militärbuchfachhandel, weil sie wollen jetzt wissen, wer ist der Mensch, die die strategischen Analysen über Kriege macht. Und wenn das richtig war, ist vielleicht das andere auch. Ist da vielleicht auch was dran. Es lockert sich was auf. Es lockert sich eine Verkrustung auf und es verbinden sich Menschen. Und immer dort, wo Kommunikation stattfindet und ein offenherziges aufeinander zugehen, da wächst was im positiven Sinn. Und das freut mich sehr. Und vor allem wackelt jetzt beim ORF der Tisch nicht mehr, weil das muss ganz schön unwuchtig gewesen sein, warum der Dichter drunter passt. Das kann man auch doch was haben wir für einen Tisch. Das muss eine Schieflage gewesen sein. Ja. Nein, herrlich. Gott sei Dank, ich habe es schon mit Humor genommen. Also vor ein paar Jahren früher wäre ich betrübt gewesen und hätte mir gedacht, etwas Böses gedacht. Nein, es menschelt. Es ist einfach menschlich und man darf, sollte jetzt auch keine große böse Kraft dahinter vermuten. es gibt Leute auf verschiedenen Bewusstseinsebenen. Das ist die Realität. Und man muss jetzt einfach sagen, Freiheit und auch die Buchhandlung störe ich. Ich habe am Montag bestellt, ich hatte am Dienstag das Buch. Also die liefern auch sehr schnell, ja super schnell. Wow. Und ich war irrsinnig froh, also ich hatte am Dienstag das Paket mit dem Buch schon, also die haben es super schnell versandt. und wie gesagt, ich verlinke den Bestelllink unten dann, Beschreibung im Video. Danke. Und ich kann euch eben nur ans Herz legen, das Buch auch zu lesen. Ganz lieben Dank, Oliver, echt. Liebe Monika, vielen Dank. Ich freue mich auf den Kinofilm. Nächstes Jahr kommt er, oder hast du gesagt, ins Kino? Ende 23 oder Anfang 24. Der Soldat Monika ist jetzt einmal der Arbeitstitel. Wir wissen ja, wie du ihn wirklich hast, vielleicht wird er so heißen. Von Freibäuter Film und der Regisseur ist der Magister Paul Poet. Und wir haben schon spannende Dreh-Tage gehabt. Also da auch an gewagten und in brisanten Orten, auch in Bunkern drinnen, mehr darf ich nicht sagen. Es war echt herausfordernd und wie ich denke, auch provokativ wird sein für Menschen, die halt verkrustet denken. Und das darf ruhig ein bisschen aufbrechen. Dreh-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage-Tage